Wir haben Sonntag, den 13. Juli 2014, 17.41 Uhr. Dan, wie viele Stunden sind es bis zum Finale? Zieh erst mal die Hose an. Zu viele, zu viele Stunden noch. Wir sind so aufgeregt. Die Stimmung ist schon am Siedepunkt. Das waren die wichtigsten 40 Sekunden für dieses Video. Oh Gott. Erst mal Deo. Deo ist doch so unnötig, Alter. Geil Symbol. Hast du das vor jedem Spiel gemacht? Natürlich. Das ist gut, weil wir sind nämlich ein bisschen abergläubig. Und deswegen zieht der doch heute wieder eine Cappy an? Ich zieh dir eine Cappy an, weil wir sind abergläubig. Wichtig ist auch, dass mein Trikot, kann man vielleicht gar nicht sehen, natürlich umgewaschen ist. Kleiner, ich sag mal, dezenter Bierfleck. Deutschland! Wir gehen als Finalisten. Wir werden zurückkommen als Weltmeister. Noch ein paar Worte vor dem Spiel? Lieber nicht. Du? Ein paar Worte vor dem Spiel? 2-0. 2-0. Schöner. Ja, typische Straße. Noch recht leer. Hast du noch ein paar Worte vor dem Spiel? Äh, ich glaub wir gewinnen. Hallo. Alle noch entspannt. Fritz Kohler noch am Start. Das ist dick. Boah, geil. Schogetten Alpenmilch. Alpenkrollenmilch. Was für Ottos. Spannung steigt. Spannung steigt. Spannung steigt. Noch zwei Stunden. So hier. Saunaprück. Bam, Junge. Langweilig. Flühe im Ganzen dieses Glückes. Flühe deutsches Vaterland. Halt seine Einschätzung. Gute Chance auf beiden Seiten. Die besseren Chancen hatte Argentin in der Masse zumindest. Höhe des Chancen gegen Osten. Höhe des Chancen gegen Osten. Höhe des Chancen gegen Osten. Genau auf der Main. Da ist die Gertschroße sehr neu. Das langsame Drez die Amrat. Aber noch zehn Minuten. Guten Tag, der Gertsch... Gerry! Mach zehn Gertschroße da. Yes! Dann geht es dir호� K describing an Osten! Jesus! Das war's für heute. Ich hab übelste Gänsehaut, ey. Krass. Ich hab nur Schweizer. Wer ist schon vier, alles? Ich. Ja, und ich. Was ist denn so voll hier? Ich sehe nur blau. Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab. 14. Juli, 2 Uhr morgens. Ringe am Ausrasten. Für die Ewigkeit. Wir nähern uns dem Epizentrum. Sag mal was, sag mal was. Ich hab gar nichts, Alter. Ich hab ein Bier und bin besoffen. Du bist hier Weltmeister. Ach ich nicht oder was? Ja, Mann. Krass. Weltmeister. Wie ein Erlen, Alter. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So. Sowas hat man lange nicht gesehen. So schön. So schön. Wir singen um, um, um. Zettere. 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 Weltmeister. Deutschland! 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 Hey, mir. Die Kiste zeigen uns dir gerne. Welche Kiste? Wir haben eben eine Kiste gewählt und haben deutsche Weltmeister gewählt. Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götzl. Da ist alles andere egal. Irre! Vor dem Spiel? Direkt nach dem Spiel? Noch krass nach dem Spiel.